so leute in diesem video möchte ich euch mal was ganz anderes zeigen und zwar bin ich mal mit meiner frau bei der essen motorshow das erste mal seit ein oder zwei jahren ich werde euch ja wegen corona war es ja nicht ich werde einige bilder machen und viel spaß beim video und und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.